ja seid ihr auch so müde wie ich mal sehen wie sich wie diese runde geht scheiß auf das game ich hab langsam kein bock mehr ist größte scheiß game der welt man spielt doch mit das sind recht viele spieler online was haben wir vor oh gott hey wir sind gegner geil fünf spieler ja das wird ein epischer kampf meine freunde schon mal kriegs schrei ausgepackt ich mach dich fertig schönen guten tag meine damen und herren und willkommen zu den sechs uhr nachrichten ich bin nämlich dafür gelaufen in der heutigen nachrichtung der sendung befassen uns damit wie sammelkarten in schultern gesammelt werden man geht folgendermaßen vor man sieht einen spieler und schiebten schießt einfach an was man hat auf sein geschissenen und herren und stirbt vielleicht sind fahrt ihr der spartan hat du schweißt ich habe immerhin schon ein kill ist ja irgendwie nicht so häufig und so geben ja ein stück der mit schlechtere team erwischt also ich stimmt wir müssen jetzt getrennt reden ich rassier dir die kronenjuwelen nee nee lass mal das ist noch mein märkchen dafür gibt es die frauen ha ha noch einer scheiße hier abfurt war r nur so aus der reine interesse ob es nur gespawnt 8 Prozent 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 bis du das wo dann bist du nicht nein nein der ist der Sniper und heißt irgendwas nein ach so ja wenn der gut ist dann bin ich das ja nö ich hab grad einen getötet und irgendein Ratzefatz dann war's ich nicht ach der Bob legt sich auf den Bob äh Kopf nicht schon wieder ey hab grad zwei getötet deine Siegeslaufbahn ist zu Ende mein Freund Moment es ist aus ich will es jetzt auch mal tönen kommt noch kommt noch ja komm her zum Geburtstag meint meine märkchen ha ha schon wieder ey gibt's ja nicht jo 200 Punkte geil Blitzschlag jawoll unser ganzes Team nein neifer immerhin hab ich den Blitzschlag voll 5 Leute aus unserem Team sind Zielsucher Junge was geht denn jetzt alter drei Medaillen auf einmal geil ich mutiere zum Bro ich seh nichts nein da liegen drei Medaillen warum hab ich die nicht genommen das war grad so scheiße oh doch ein Kill oh doch ein Kill yay so ich muss eigentlich echt mal den Profan langsend töten ja im Abschuss bestätigt do it mit sch 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 feindlich mag ich nicht ich hab dich gar nicht gesehen ich hab da nur ein kommen sehen direkt gezielt ich war grad mit dem anderen beschäftigt ja ich bin ich bin auch mal der Moxie wir wollen nicht mit dir spielen nobody loves me ja und das interessiert keinen das interessiert keinen AAH 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 C4 der Witjesking der feindliche Drohne näher sind diese scheiß C4 ach jetzt hab ich ja diese behinderte S-Mine du bist beschränkt oder war wurdest grad abgeschlossen nö schade dann warst du gar nicht du Drohne zerstört hä ich? Blackout geil ja stund bei mir auch gerade NEIN der Gogo 94 wo sind die Gegner NEIN schon wieder der 94 ich werde dich jetzt so umnutzen feindliche Drohne nähert sich AAH MOZI turn down for what in Achtung! feindliche Hunter Killer Drohne unterwegs ach manu ich bin tot und du NEIN MOZI Tja so der hat mich aufm Kieke der MOZI OAH MOZI MAN der macht mir meine Käserie kaputt der Arsch der macht mir meine Käserie kaputt was ein Typ man sieht nur noch so ein Päckchen nach oben liegen dann denkt sich fick dich die Drohne näher Eiskalt der Bro NEIN MOZI das gibt's doch nicht wir verlieren diesen Kampf der Arsch hat mich so aufm Kieke der hat einfach nur das Glück der hat einfach nur das Glück dich die ganze Zeit zu sehen GOGO 94 war das ey das war meine Marke du Sack ich schieße die ganze Zeit auch denselben ab ich will auch mal dich abschießen Aua dieser scheiß Mutzi geht mir so auf die Nerven warum so das war Wache wo bist denn du? äh im Raum welchen ah schade Achtung feindliche Konterdrohne ist aktiv einer aber man das ist so ein scheiß Wärmeding Wärme Wächter geschützt ne ist ja von euch komm ja mein Freund NEIN da kommt er von der Seite no ich mach keine halbe Sache ich find dich nicht mehr nur ein Viertel ich find dich aber auch nicht mehr ich dich auch nicht du bist verschollen AAH du Sack jetzt hast du mich du was war denn das? mein Tablet eine Nachricht von N24 und was gibt es in der Welt? äh Moment äh ähm ähm muss ich kurz Moment Kiew Oppo Kiew Opposition sagt nein ok gut dann sage ich halt vielleicht Computer sagt nein hatten wir das nicht gestern hatten wir das nicht gestern? ja haben wir das nicht gestern? Nja ich such dich du suchst mich la 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 oh da steht ein Geschütz und so ein Wächter Geschütz in dem Raum ha 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 äh schwör wir verlieren diesen Kampf ja da ist einer von mir der wirft da seine Dinge ins Hina hm keiner da keiner hier keiner wo da ist er da Gogo94 die zwei hasse ich besonders Gogo94 und äh Motzi ich heiße diesen Prophet am meisten ja das war der Schwaste ok auf den Zeitplan achten scheiß auf den Zeitplan ah Vitius King Lappen oh man ey Camperis to keep my better feed under me la 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 der ist so dumm du bist dumm yeah Sieg schlechte Leistung Missionsprofil gescheitert ah aber knapp du hast 17 gekillt nicht schlecht 17? ja oh gut alter die hat 2,1 äh gigabyte die Folge huh 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 gut gut wir sehen uns nächste Folge und mal schauen was uns da ab äh was da ab g ho ho level 64 äh 46 ich bin gleich 35 ach wie geil was hab ich denn hier freigeschaltet alles fett oh zielsucher ne scheiß auf den zielsucher so was ist hier du siehst hier die Endcard von meinen Videos unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar schreib mir äh pns oder sowas was du gut findest was nicht liken abonnieren irgendwas und wir sehen uns dann im nächsten Video freut mich wenn du wieder dabei wärst Cola grazie dasrows aber ja auch ja sagt ich Vielen Dank.